Achims Pop Show Ja gut, ich würde normalerweise nie so vor eine Fernsehkamera ertreten, aber wir befinden uns ja mitten in den Proben und da könnt ihr mal sehen, so ein TV-Star, der sieht ganz normal aus, genauso wie hier. Bei mir stinkt es auch, wenn ich aufs Klo gehe, das ist ganz normal, aber wir kümmern uns trotzdem um den Nachwuchs. Ich hatte doch alles, alles was zählt, ohne dich leben, es ist nicht zu spät. Da sagst du jetzt einfach mal nichts und lächelst es einfach weg. So, es ist zum Kotzen. Auch unsere Azubis, die bekommen den Job ganz normal, da gibt es ja dieses Märchen mit der Casting Couch bei Film, Funk und Fernsehen. Das ist alles totaler Quatsch. Ja und da musste ich wirklich vor der Kamera das Oberteil ausziehen und vor dem BH vor die Kamera treten. und das war mir echt mehr wie peinlich. Ja gut, was glaubt ihr, wie ich den Job hier bekommen habe? Da war die Nummer mit dem Badeanzug noch die harmloseste. Achims Pop Show. Einschalten. Arbeitsloses Gesindel. Busfahrer. Mit den besten Dance-Hits der 90er. Uwe Acker.